ich freue mich dass ich euch wieder zu einer neuen ausgabe von let's play world of tanks begrüßen darf und hier mit dem replay von speed 0373 mit seinem fv4202 karte ruhenberg und ist toppt hier in einem 10 9 8er gefecht das nimmt man natürlich glaube ich dankend und gerne an und da sind wir mal ganz stark gespannt wohin er denn fahren wird fast zu erwarten aber er geht natürlich in die mitte und fahrt nicht in die stadt rein macht natürlich mit einem medium auch definitiv sind manche nehmen gerne hier drüben diesen diese straße ein und schießen dann aufs feld er scheinbar macht es ein bisschen anders bin ich jetzt sehr gespannt was da seine taktik sein wird so und jetzt die kleine stadt die muss man mögen in meinem fall ist es nicht so so ist offen kann in type 62 direkt eine verpassen schöner hit und das ist auch für den 10er medium einfach ein schöner schaden den der macht die budget prallt ab er aber auch trifft erst gar nicht überall ploppen jetzt nacheinander die gegner auf auto aim auf den sta da war geradezu ob er den blind hittet hat kann ich jetzt so nicht sagen so jetzt noch ein mx also er darf ja auch nicht overpacen man sieht es an der minimap ganz gut wo die gegner waren das sind hier sehr viele gegner im verhältnis so jetzt fragt dass ich bisher weiter vor will auf den amx wohl gehen damit steht aber perfekt dass er gerade ebenso nicht treffbar war da der nächste amx type budget hat der teil steht auch hinterm haus er hat es der zenturion da prallt ab beziehungsweise trifft ihn nur kritisch so jetzt der amx ja jetzt trifft er ihn doch jetzt sind auch die hits langsam wichtig er muss jetzt die hits machen und den schaden rausbringen weil sonst passiert sie zu wenig jetzt auf den zenturion auch wieder leider nicht durchschlagen schade schade aber es ist auf jeden fall ein schöner stellungskampf jetzt der fronten so der amx ist abgeprallt auto aim und er hat ihn getroffen so twitter amx vom 13 75 wohl fertig gemacht nein er macht den letzten hit auch noch sehr schön type 62 kreuzt hier den kriegt er jetzt auch noch und ja schön hat er mit he geschossen so jetzt will er auf den zenturion es steht 5 zu 4 die patch ist da hinten die muss weg verschießt 5 zu 5 budget zieht sich schon wieder zurück jetzt aber ordentlicher schaden gemacht und nochmal also weg die budget durchschlägt ihn nicht sondern trifft ihn nur und jetzt zack schöner hit die richtige munitionsart gewählt so soll es sein so ja nein es nimmt auch noch mit 3300 schaden 8 zu 7 steht es aktuell so der löwe bleiben drei stehen wie ärgerlich ist das denn so noch und jetzt kriegt er aber verdient die drei noch auch selber weggeschossen 9 zu 9 beim gegner noch 13 am start in seinem team lediglich er als einziger dann noch zwei neuner und dann achter und siebener also von dem her hat er der gegner definitiven vorteil von dem panzer her so jetzt geht er hier auch der t30 auf hat versucht in der fahrt hat ihn aber nicht getroffen so jetzt steht er im flammen kommt auf den turm drauf nimmt oben ja sehr schöner hit so jetzt wird auch schon gekappt aber der verdienen hat scheinbar die caps weil sonst wäre das spiel ja ganz schnell um und er könnte hier nicht noch ein bisschen schaden sammeln was wirklich schade wäre jetzt nur noch einer im cap jetzt sind beide im cap raus geschossen worden damit steht es auch 11 11 54 hier der geht aber auf den is 3 der interessiert sich gott sei dank gerade nicht für ihn deswegen kann er hier ganz in ruhe da noch mal einen treffen maximal hat er jetzt noch einen schuss im rohr aber es kommt nichts mehr ist im reload 11 12 den muss er jetzt noch machen wird immer noch ein reload sein das heißt er kann den ganzen spannend raus drücken und macht ihn auch weg so jetzt mal gucken in die mitte geht da was auf geht nichts auf keiner da gerade ihr sieben und der e5 sind beide auch noch vom gleichen clan im zug ihr siegen geht auf t54 kriegt das schon den ersten treffer kann er ihn weg machen ist jetzt die frage der fragen komm mach ich weg nein der wäre wichtig gewesen immer noch nicht jetzt kriegt auch eine ordentliche stelle damit ist sein hp pool etwas dezimiert aber das schön ist die beiden zehner sind hier beides one shots da schießt er in den boden aber bekommt glücklicherweise den abprallern ferdinand geht jetzt da hinten auf jetzt gibt es eine zange in bewegung auf den t55 t55 ist rausgenommen e5 schießt jetzt hier mit heat gott sei dank kam die so aber jetzt perfekter moment er prallt am e5 ab da hätte er vielleicht oben lieber oben die kuppel nehmen sollen jetzt kommt der ferdinand rum aber auch da die su hat hier perfekt unterstützt kam in dem absolut richtigen und besten zeitpunkt den man sich wünschen kann so kriegt er noch mal eine jetzt kommt die so wahrscheinlich auch hinter hinten bei ihnen rum so jetzt hat er und die so macht die wahrscheinlich weg und das game ist vorbei nice schaden angezeigt sind 6000 es ist aber doch 6500 gewesen noch mal fast 3000 geblockt also sehr schöne runde sehr spannend und sehr gut gespielt von dem her hoffe ich dass es euch doch auch gefallen hat mir auf jeden fall und bis demnächst euer alkaramba ich bin jetzt mal